Alter, der Joghurt steht da seit drei Wochen, der läuft ja morgen ab. Servus. Moin. Sag mal, isst du da gerade meinen Joghurt? Digga, da stand er jetzt drei Wochen im Kühlschrank. Ja, den wollte ich heute essen. Ich freue mich da schon den ganzen Tag drauf. Mama? Ist klar.